KUKA denkt dran nur mit 4,5,6 zu marken Ja, ich mag mit Totenkopf Wafft mal den Commander oder geht das nicht? Doch, das geht, du kannst nur noch Rolle drauf haben Vergesst neu zu kaufen Ich habe einen dabei Ich stelle durch einen Rand hier Ich spawne immer gleich so eine Türme und die setzen Ads ab Ich bin voll der fixe Panda hier, was ist da los? Am Rand gehen, weiter Halt das Maul Ganz wichtig sind die Blinds von den Jägern und von den Astern hier Jetzt? KISSKÖTter angekündigt Alle mal passen Und nochmal passen Und schneller passen Fokus erstmal die 2 jetzt bitte Neuer 1 Jetzt kommt noch einmal eine Dreierwelle kommt jetzt nochmal Herr KUKA, die machst du weg Gruppe 2,4, mir nach Und Gruppe 1, dem Sternchen Können wir das Ganze mit dem Magebar ranziehen? Gibt es für irgendwas einen Main-Tank? Erst die 6 Fokusen Ne, jetzt wachst du Ok, dann ziehe ich mir keinen Templer raus oder so Sebastian, der muss mit uns laufen Moment bitte, ich kurz warten Noch nicht direkt rein Oh, ihr seid ja schon alle weiter Bleibt raus Und 1 und 2 wegführen Und dann Fokus auf den Totenkopf Und zwar jetzt 2,4 Du bist gerade in die falsche Richtung gelaufen Wer auch immer da gleich raus ist Der Totenkopf, Fokus Hä? Komme ich in der Ruhe? Links an der Seite Hä? Da ist eine Wand Ja, äh, wenn du vorm Boss stehst Direkt ins Gesicht guckst Rechts hoch Da ist eine Treppe So, als nächstes Die 2 erstmal, die hat weniger HP Vanilla wird gerätzt Jetzt ist raus Vanilla hat großes Schild von mir Können die mal entgegenlaufen Eigentlich Willkommen Sebastian Juhu 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 So, hier kommt der Ist absicht, oder? Das Tenno vorläuft Ja, bis und auch Sternchen folgen Strennen schicken wir jetzt weg Rechts hoch Äh, nicht Ne, diesmal nicht Links halten Fokus auf das Tor Die Mops werden von den Gladys und A.I.S. weggemacht Ja, wir luchten, kommt die mal raus Ach, raus, okay Ja, egal, ich bring sie zu euch Bafs von dem Typen sind weg Ja, das ist normal Weiter jetzt hier links halten An der Passage links halten Und nehmt den Mob mit Stunt den nicht Oder was auch immer Relativ links halten Nicht gegen die Wand laufen Nehmt den mit den Mob Ist nach vorne hier Zu dem Heiler Das ist die neue 1 Die 2 Zieht ihn hier ran So, da kommt noch ein Mob Fokus, die 2 bitte Genau, sehr schön Die 3 bitte Solena, genau, danke Oh, sorry, ist auch wieder 4 gemarkt Sorry Solena, gehst du rein Und lootest die Kisten Kommt die nächste Kommt noch ein Mob Entgezogen, ja Der erste Mange, oder? Ja, fokus, die Mange Ja, ja, ja Lassen Erst 5, dann die 6 Hier kommt die nächste Gruppe Lass sie mal mit reinziehen Oder schaffen wir die? Schaffen wir, oder? Ja, dann Sie, ich brauche einen Rest Oder irgendjemand Hinten noch nicht Guck an Die 2, dann die 3 Wo liegst du denn? Dann nett Hier in der Mitte So, weiter geht's Links rum Lass den Mob in Ruhe Mach den mal weg Ah, da komm schon wieder die nächste Ich geh mal hoch in die Kanone Ja, bitte Nein, draus, wenn's geht Oh Leute, was ist hier los? Warum habt ihr alles gepult? Blut geht raus Ich hab irgendwie was Ja, fokus, erstmal die 3 Jetzt bitte, erstmal die 3 Ja, wir sind Ja, weil ich Mopse Aber irgendwie kommt, man Kite ein bisschen Neue 3 Lass sie die 2 in Ruhe Ja, ich kann auch stehen Erstmal die 1 Erstmal die 3 Lass den Totenkopf erstmal in Ruhe Erst die 3 machen Ganz wichtig, nicht auf dem Weg stehen Hinten noch ein Haufen Ads Ja, warum? Keine Ahnung Ich will die, die Mage Die, die BD hierüber Totenkopf oder was? Neue 1, nein, nein, nein Neue 1, neue 1 Totenkopf wird aufgetankt Ein Assassinen ist im 4 Und ein Schrei kommt Ja, super, optimal Gut, oder? 3 3 3 3 3 3 Kann man den Typen gegen sie heilen? Ja, man kann den heilen 3 Kannst du noch passen Er hat keine Buffs mehr 1 Ja, die geht runter Wenn er resettet Mage hat Silence Mach erstmal die 1 So, jetzt den Totenkopf Fokus, please Also, beziehungsweise, sorry Dann auch die 3 weg Dann die 2 Oder du kriegst eine Riesenkelle rein Mach dir 1 Bei 3er Gruppen kommen jetzt wieder rein Ja, mach durch, bereit Das geht, oder? Haben wir noch einen anderen Ob hier jetzt Totenkopf Okay, alles klar Guss Totenkopf Seine Frau haben wir Eine Part erwischt gehabt Die rein läuft Ich glaube auch Stell dich bei dem Mob Hinter dem Mob Der macht Frontau ist Okay, der ist jetzt tot Aber bis nächstes Mal Der müsste eine Kitze fallen lassen Oder auch nicht Okay, ähm, Sternchen bitte Da ist der nächste Kommando Wieder selbe Spiele Spring rein, ich mache Angst Schrei direkt Ja Sind hier eigentlich unsichtbar in dieser Indie? Äh, ja Okay So, 1 Fies sind da hinten gegen die Wand Ja, optimal 1 muss platzen 2 3 halt nicht fest Sehr schön Alter, Knockdown Ey, baaah 3, bitte Die 3 schafft ihr, oder? Ja, ja Wie sieht's von der Munition aus, der Tanne? 62 Okay Also 20 Schuss noch Munition gibt's immer links Beim 2. Supply Camp Schredder Was, wir gehen links den Weg hoch, ja? Da gibt's die Munition Ja, wir kümmern uns gleich drum Ja, wir kümmern uns gleich drum Ähm, nachdem wir jetzt den dritten hier Mob hier gemacht haben, müsste er eigentlich in die zweite Phase kommen, meine ich Ja, ich glaub, da haben wir kurz Zeit, bevor die nächste Phase kommt Jetzt Hier kommt der Wetter und Blind raus, bitte Angststrahl kommt Siegt Trotzdem, wenn irgendwie mal ein Angriff durchgeht Ja Erstmal den Totenkopf jetzt, bitte Jo Totenkopf, Fokus, Gogo Danke Hinten der Schwerdkämpfer rechts wird festgehalten Okay, jetzt kommen wieder Um 3 Dreierwellen gleich bald Ich seh sie auf der Karte Jo Ich baller ich da mit rein, wenn sie schön auf dem Haufen steht Ja So, 1 bitte Fokus Hoi Kriegst du noch von hier, oder? Oder müssen wir die weiter in die Mitte? Ja, geht Also ich kann nicht mal aufstehen, Jungs Ja, schittisch Wo siehst du denn? Ja, in dem Kreisel da Äh, Gruppe 4 Geht mal bitte rein in die Festung eben Hm Oh, kurz vor Alle platt machen, oder was? Ja, mach mal Scheiß cool, da noch 4 Steine Ja, die 2 kriegt die, oder? Die beiden noch Ja Zweifokus Nein, 3 da hinten halt nicht Zweifokus Wenn ihr euch jetzt so wecken macht Links haben wir noch ein Möchkelder Ja, hab ich gesehen Die beim Stadthalter sind tot Eine kleine Plattform für den 3er Ja, da sollen wir wieder zu euch Ja, jo, wäre super Okay Hier kommen 3 Gruppen Also 3 Dreier Hm Wenn es geht, nehmt ihr erstmal nochmal mit Okay, dann springen wir wieder runter Wieder vorne, A gleich Oh, da kommen jetzt jede Menge Hier kommen richtig viele Okay, dann bleibt drinnen Bruch aus, oder? Ja, da geht's falsch Ja, hier, hier, hier Ja, hier, hier Ja, alle zurück hier Da war sowas Das ist ein Kuss nachher von mir Er ist die 1 Auf den Fokus sind wir 1 Ja, die 5 habe ich jetzt Achso, sorry, ich falle die Gruppe Ja Boah, da kommen jetzt richtig viele Scheiße Gruppe 4 müssten wir schauen, ob irgendwo ein Power steht oder so Wo es spawnt Deswegen, wenn auch schon geht Alter Der kommt jetzt richtig viel rein Im Vorbereich der Festung Habt ihr Blind dort Bei euch Es geht Blind, die Mobs Blind Licht Werden Also jetzt alles rausruhen Unsere Gruppe ist tot Du kannst, du müsstest dich nur nicht bekommen von uns Wie sieht's aus drinnen? Unsere Gruppe ist ganz tot Gruppe ist hier auch Okay Bist du Vanilla? Ja, genau Ging der doch durch Kann ich einfach so aufstehen oder? Nee Nicht, nee, nee, lass euch retten Nicht aufstehen Ups Boah, da ist ja ein Boss dabei Commander Kasatu Ach was Okay Ähm Wir looten jetzt hier die Muni Macht die Mobs Ich zieh dir schon mal die Mobs Lootet mal bitte die Kisten hier Irgendwer anders noch Das sind sogar in Zweifel auf der Hälfte, ne? Boah, weiß Okay Achtung, da oben ist noch mehr Versuchst du ein Batut Lauft, kommt zurück Nächste Ad-Welle kommt Bist du Mobs mitten in den Schradder? Ja, ja Lauf, lauf, lauf Reinkommen Genau, das ist nämlich die zweite Phase Weil dann bringen nämlich diese Wellen Nämlich irgendwelche Named Mobs mit Ja, komm ran Der ist gleich tot, Mann Kommentant ist gleich tot, ja Da ist der Tower Da ist ein Tower Boah, nein, nein, nein Aber nicht, wir müssen rein Zum Kommandanten Ja, komm bitte rein Kommandant bei 10%, 5% Circa Ich hab, glaub ich, den meisten Mobs gezogen Ja, tu's Es geht rechts, die anderen Gruppen hoch Wo liegen die anderen Gruppen? Wo sind die Clearis hier? Ich seh sie nicht Ich steh direkt Direkt Ne, wir auch Bitte nur hier, schreib mir in den Chat Und dann kriegt er auch ein Heel nebenbei Okay Okay, fokuss jetzt die 6, wenn's geht Rätst die Leute auch und fokuss die 6 Aber so war's ja Okay, haben wir noch mal relativ knapp gerettet Auf dem Weg da rein haben wir an Turben gestanden Vielleicht sollen wir den kaputt machen Zwei Stück waren da Ja, da müssten zwei rausgehen oder so, die den von der Mauer aus kaputt machen Damit wir den nicht zettet Ich hab gerade keine Ahnung, damit nicht zu heilen Dankeschön Ich krieg so eine Idee Ach nee, der hat schon Ich hab Standbild Ich hab, was du auch so verkaufen musst, wenn es 50 Euro kostet Nächste Ad-Welle, ich spring gleich mit Angstschrei rein Das sind jetzt wieder richtig viele, aber ich hab keine Ahnung mehr Ich erwarte erst noch Jetzt fängt's an Ich krieg ja nur 6 Leute Fastcast Blind, wenn's geht Schnelles draußen Eins Fokus Boah, Tankstil Landex Doig ula Vielen Dank. Vielen Dank.